Ja, hallo ihr Lieben, das ist ja schon mal der Partei der Korruptionscoach und so weiter. Mein neues Buch lenne ich hier nochmal ein. Ich wollte einfach nochmal ein Update machen zu Will Smith, weil es glaube ich die Männer doch sehr angeht, weil der was macht, was viele Männer machen und was einfach grandios schief geht, auch bei ihm, obwohl er so ein reicher Typ ist. Also ich erinnere nochmal dran, dass er ja offensichtlich diese Backpfeife gegeben hat auf der Oscar-Verleihung und was ja alles so gigantisch schiefgelaufen ist, habe ich auch schon im Video gemacht, werde ich ja auch nochmal verlinken. Und jetzt habe ich so ein bisschen einen Artikel gestolpert auf OK Magazine, den verlinke ich auch nochmal drunter und da heißt es Will Smith, Rot, Jada, Pinkett, jetzt mit Scheidung und ich gucke mal, es gibt ein paar interessante Sachen. Sie streiten sich jetzt darum, also eine Quelle meint, sie streiten sich jetzt darum, wie sie nach all dem weitermachen und das macht ihr Leben zu Hause zu Lauf Erden. Die Mutter von zwei Kindern hat einen vollen Terminkalender, die hat ja diesen Red Table Talk, wo es so einen unsäglichen Auftritt von den beiden gegeben hat, aber gut, das lassen wir heute mal weg. Und sie hat keine Zeit, sich um ihren Mann und die Konsequenzen von dessen Handeln zu kümmern. Also es ist natürlich auch ein bisschen Gossip hier. Also die Quelle sagt, es ist ihre oberste Priorität und sie hat keine Zeit, um Will's Hand zu halten und als seine Therapeutin zu agieren. Sie verlangen von ihm, dass er aufhört, dass er erwachsen wird und aufhört zu jammern und sich zusammenreißt. Ja, also als er, als hat er gedacht, er ist so eine super coole Sau, dass er so seine Frau so verteidigt und der Weiße Ritter spielt und was passiert und das passiert immer in solchen Beziehungen, wo Männer meinen, sie müssten ihre Frauen, die vielleicht ein bisschen schwierig sind und ihnen so ein bisschen auf der Nase rumtanzen, was glaube ich bei Jada der Fall ist, ja, dass sie dann meinen, sie sind jetzt die Retter und es geht gut. Nein, aber das ist alles viel komplexer. Also es führt eigentlich zum Gegenteil, dass die Frauen noch mehr an Respekt verlieren, weil sie denken, ja, weil der Mann einfach nicht in seiner Polarität ist und es ist eben auch nicht in der Polarität, jemanden auf der Bühne zu schlagen und könnte mir erzählen, was er wollte, das ist einfach, äh, irrwitzig, Gewalt und das, also, ah, und, äh, also nicht nur, dass es nicht cool ist, sondern es schadet ihm jetzt auch noch genauso, ne, weil seine Frau jetzt auch noch abgefuckt ist davon, dass er, ja, eben, äh, nicht cool ist irgendwie so, ne, und, ach, das ist wirklich so eine, naja, so, ähm, weiter geschrieben, innerhalb der vergangenen fünf Jahre ist Jada sehr fordernd geworden, als Zitat, ja, das ist, glaube ich, ähm, und, äh, sie haben sich, Köche, Sicherheitsleute und Trainer ständig gewechselt, wurde seit Jahren schon unglücklich, es ist unmöglich, Jada zu gefallen und das weiß jeder Plusbowl, immer dieses ewige Versuchen, irgendjemandem zu gefallen, ist einfach, äh, gruselig, ne, und, äh, im Red Table Talk, den die beiden hatten, ich will das jetzt hier nicht einblenden extra, aber da haben die halt, äh, gesagt, äh, sie haben sich so abgeklatscht und haben gesagt, äh, we ride together, we die together, bad marriage for life, ne, also wir, wir gehen jetzt zusammen durch bis zum Tod und schlechte, schlechte Ehe fürs Leben irgendwie und, aber aus meiner Sicht ist das keine gute Wahl, nur weil es irgendwie wehtut und den Schmerzkörper triggert und vielleicht müssen on office und die Ehe dann geöffnet werden muss und ich weiß nicht was, äh, und immer wieder dran festzhalten und nochmal Paartherapie und nochmal und nochmal und, also ich finde nicht, dass das ein zu befriedigender Zustand ist, weil er offensichtlich, äh, Themen, die die beiden haben, einfach, äh, verewigt, äh, zeigt, dass sie irgendwo nicht kompatibel sind, also sie will ja scheinbar auch gar nicht in einer kompetenten Beziehung sein und, und er krümmt sich und reckt sich und verteidigt sie und ist der weiße Ritter und es wird alles immer schlimmer irgendwie, ne, und jetzt, äh, ist er auch schon von Filmen gecancelt worden, ich meine, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde nicht unbedingt, aber es passiert halt und, äh, ja, und jetzt wird, dieses Meme wird es auch in 50 Jahren noch geben und, äh, er wird jetzt immer mit diesem Scheiß in Verbindung gebracht werden, also es ist sehr, also es hat wirklich sowas von keinem gefallen getan und das passiert, wenn man im Pluspol in so einer toxischen Beziehung ist, speziell Männer, passiert so ein Scheiß irgendwie, ne, ach, ja, und dass die Quellen sinnvoll aus dem US Weekly dann nochmal, ähm, genau, also, ich denke, bevor man sich da immer wieder krümmt und irgendwelche schwierigen Sachen macht und nochmal, noch ein komplizierteres Modell und die Ehe öffnet und, äh, und dann mein Tipp wäre einfach wirklich, irgendwo mal einfach zu sagen, ey, es passt hier nicht, ich wiederhole hier mein Muster, was ich aus meiner Kindheit kenne, vielleicht mit einer, äh, dominanten, schwierigen, weiblichen Person und sie wiederholt vielleicht auch irgendeinem Muster und keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht und einfach zu sagen, hey, ich weiß nicht, wir trägern uns hier nur an, wir haben jetzt alles probiert und bevor wir, das einfach immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer wird, herrje, äh, versuch mal lieber unseren Liebeschip umzuprogrammieren, ne, und, äh, einfach mal jemanden zu date, mit dem es right easy läuft, also, das ist wirklich so ein, das meinen so viele, dass irgendwie, dass das so einen Wert bringt, wenn man es nicht mehr weiß, wie quält er in der Beziehung irgendwie, ne, ist, also meiner Ansicht, bringt's ab einem gewissen Punkt echt keinen Wert mehr, naja. Ja, gespannt auf eure Kommentare in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.